Hallo ihr Lieben, neue Woche, neue Choreo. Los geht's, würde ich sagen, oder? Wir fangen an und zwar haben wir tief und nach außen ziehen. Das heißt, unsere Füße springen auf, wir gehen tief und unsere Arme drücken gleichzeitig nach außen. Das passiert alles gleichzeitig. Wir gehen tief, springen wieder zusammen, haben ganz groß mit dem Kopf gucken und gucken und dann haben wir Stop. So ein bisschen wie, wenn ihr über die Straße gehen wollt. Also, einmal gucken, zweimal gucken, Stop. Da guckt ihr natürlich links, rechts, links, damit ihr links nochmal guckt, aber ungefähr nur so als Eselsbrücke. Danach haben wir mit den Händen Schaufeln, ja, macht das mal einfach mal kurz mit, dass ihr von der Seite, von der ihr kommt, nach oben geht, ungefähr auf Schulterhöhe und dann runter wischt. Wie ein Maulwurf zur Seite, genau. Und dann haben wir Schieben, Ran, Schieben, Ran. Wir fangen mit der Hand an und gehen mit dem Fuß zuerst auf. Das heißt, wir haben auf, ran, auf, ran. Wir sind angekommen und dann haben wir wieder mit dem Fuß raus, rein, raus, rein. Also einmal nur die Füße, wir haben raus, tipp, raus, tipp den ersten Fuß, raus, rein, raus, rein. Die Arme gehen oben, unten, ja. Die Ellenbogen sind immer ungefähr auf Höhe von den Schultern, ja, also nicht zu weit unten und nicht zu weit oben. Ja, immer ungefähr auf der Höhe der Schultern. Und die Arme kommen zu immer erstmal einmal gut ran. Ran, auf, ran, auf. Ja, heißt, wir haben oben, wieder zusammenkommen, unten. Genau. Und dann haben wir das Ganze einmal zur anderen Seite. Ja, wieder die Schaufel, andere Hand, anderer Fuß. Schaufel, ran, schaufel, ran, oben, ran, unten, ran. Von hier aus haben wir, ähm, von hier aus haben wir tief und hüpf, hüpf, hüpf. Hüpf, ja, dreimal schnell hüpfen. Zuerst das Bein, hüpf, hüpf, hüpf. Das Bein bleibt oben. Wir halten das Gleichgewicht und hüpfen jetzt einmal auf einem Bein rundherum in die Richtung, in die das Bein jetzt oben ist. Drehen. So. Dann haben wir wieder tief und anderes Bein. Hüpf, hüpf, hüpf. Und jetzt drehen wir uns herum und das Bein bleibt oben. Genau. Das Bein bleibt der zweiten Ober. Wir müssen wirklich schön Spannung haben, alles schön anspannen, damit ihr nicht ins Wackeln kommt. Das Bein macht jetzt hinten, vorne, hinten, vorne. Das tippt immer, ja. Hinten, vorne, hinten, vorne. Wer will, wer kann, wer mag, darf gerne die Arme mitnehmen. Die hatten schon ein paar Mal, ja. An dem Arm ist hier ein Seil befestigt. Wenn der Fuß nach hinten geht, zieht es den Arm runter. Ja. Wenn der Fuß nach vorne kommt, zieht der Arm sozusagen den Fuß wieder nach vorne. Komm her. Komm her. Und der andere Arm ist genau andersrum. Heißt, wenn der Arm oben ist, ist der Arm unten. Und dann wechseln die immer. Genau. Dann springt ihr auf und habt eine Runde rundherum. Und, genau, oder könnt ihr so ein bisschen bouncen. Und mit dem Oberkörper, ganz wichtig, nicht mit der Hüfte, mit dem Oberkörper. Nach vorne, zur Seite, hinten, zur Seite und rum. Immer dabei schön den Bouncen. Ja, und dann kommt die andere Seite. Bumm, 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 bumm. Genauso wie die andere Seite davor. Nur mit dem anderen Fuß. Und in die andere Richtung. Bumm, 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 bumm. Jetzt habt ihr. Hüpf, 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 stehen. Ja. Dabei habt ihr die Hände oben. Oben, 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 stehen. Vorne, hinten, vorne, hinten. Meine Hände machen das hier. Und zwar in die Richtung, wo ich hin will. Also vorne, hinten, vorne, hinten. Ja. Wenn wir damit fertig sind, sind die Hände wieder oben. Wir haben eine Hüpfung mehr auf der Stelle. Nach vorne und zur Seite. Wieder runter. Vorne, hinten, vorne, hinten. Und noch mal ein Stopp. Und dann sind wir schon fertig mit der Choreo. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020